Er ist ein Ganner und ist von den McQuays gezogen und ich habe ihn über den Ruben van Doe bzw. Arno Honstetter, die haben mir den vermittelt, der Arno hat den ausgebildet gehabt dann und der hat gewusst, dass mir das Pferd gefallen und liegen könnte und so ist es dann auch gewesen. Ich habe ihn dann in Las Vegas geschaut, ist auch super gut gegangen und jetzt letztes Jahr habe ich das italienische Derby in Cremona mit ihm dann gleich gewonnen gehabt. Stoppen ist immer cool, der Missfeuer stoppt, volle Doe wie immer, also auf den kann man sich tausendprozentig verlassen und der Graue, der braucht immer ein bisschen Unterstützung beim Hinreiten, wenn er einen schönen Randaun hat, dann setzt er sich auch richtig schön hin und kann ganz toll stoppen.